Hi Leute, hier ist der FIFA-Bur und ich zeige euch heute FIFA, pro aktuell der Bundesliga. Ich spiele mit dem BVB, weil es ist ja mein Lieblingsverein. Und jetzt geht's los. Wenn ihr euch fragt, warum ich in den Spielen nicht so viel reden werde, keine Info, ich spiele zwei Spiele für euch, dann ist das daran, dass ich mich konzentriere, nur für meine Fans. Jetzt geht's gleich los und ich wünsche euch viel Spaß. Sorry, dass ich das gerade gezeigt habe, aber ihr habt das wahrscheinlich gar nicht gesehen. Also ich glaube, es wird heute kein Gegner mehr kommen. Ich weiß es nicht, ob noch ein Gegner kommt. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ach so. Ich suche noch einfach mal neu. Weil für euch mache ich alles. Wenn das Ziel zu lange geht, dann muss ich leider aufhören. Also wenn kein Spiel kommt, dann spiele ich einfach ein Spiel mit dem Ultimate Team. Also wenn 20 bis 30 Sekunden keiner kommt. Ich glaube, es kommt kein Gegner mehr. Also wenn es jetzt nicht so langweilig für euch ist. Also wenn es jetzt nicht so langweilig für euch ist. Das FIFA Video startet jetzt. So und jetzt geht's noch los. Wir spielen im HSV-Stadion. Ja. Man weiß es nicht. Ich muss kurz noch was einstellen, damit ihr nicht den Namen von den Gegnern seht. Obwohl ich seht, jetzt ist nicht die ID von denen. Wenn die passen. Okay. Haben sie was gemacht. Ich lasse das jetzt aber nur für dieses Spiel, weil... Ich spiele manchmal auch mit anderen ID. Vielleicht kann ich dann die mit... Mit den Spielen einmal. Also es geht ja jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Aber ich denke ihr... Schreibt wieder in die Comments. Was ich verliere. Zum Beispiel der Abend gut filmt. Der hat ja im Schirm... Ein Dislike auf deinen... Also ich sag jetzt nicht meinen Namen. Dislike auf deinen Nacken. Ich hoffe, dass es so gut ist. Ich hoffe, dass es so gut ist. Ich hoffe, dass es so gut ist. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Wenn ich jetzt zum Beispiel... 10 zu 1, 4 Minuten oder so. Ich hoffe, ihr hattet das Video nicht, weil... Dann kann ich es ja gleich wieder von der Blaine runternehmen. Aber beim Intro findet ihr das eigentlich geil. Macht einfach einen Daumen hoch und einen Daumen runter in die Comments. Ich habe leider die Kommentare voran ausgemacht. Vielleicht wollen wir nicht, dass ich die in einem Video von mir habe. Und deswegen moderiere ich das selber. Auch auf Jung, der auf Ekter. Und Ekter verliert den Ball. Ekter holt den sich wieder. Aber ihr könnt es ja selber sehen. Also ich muss es gar nicht erklären. Wenn das Video so kurz geht, dann mache ich natürlich noch einen Game. Und da schreien am Ball. Ich hoffe, es gefällt euch bislang. Ich bin ein einzelner Führer, aber... Hätten wir Arvin filmt oder Lisi Popo? Schreibt wieder in die Comments. Etwas Schlechteres habe ich ja noch nie gesehen, weil meine Kameraqualität halt nicht so gut ist. Ich empfehle euch den Kanal Arvin filmt. Guckt mal bitte da vorbei. Und bei Tinas Leben, gebt da auch mal bitte einen Daumen hoch und abonniert den. Oh, fast habe ich zum Tor geschossen. Das Video geht jetzt schon knappe sieben Minuten und zwanzig Sekunden. Also wenn das Video so bei 15 Minuten ist und das Spiel vorbei ist, sozusagen... Wenn das Spiel vorbei ist, höre ich mit dem Video auf. Meine Kamera hat gerade kurz gespackt. Ich weiß nicht warum. Aber natürlich spreche ich euch weiter meine... Meine Anmerkung habe ich noch. Meine Anmerkung ist noch mal... Vielen Dank.